So, wir sind in der Ferienwohnung angekommen, sehr schön, in Eberfing, schöner Balkon, hier eine Schlafcouch, ein großes Wohnzimmer tatsächlich, dann hier noch der Essbereich, wir haben natürlich schon ein bisschen zur Zeug dahingeschmissen, eine große Küche, wie ich finde, mit allem da, was man braucht. Die Männer sehen das quasi einkaufen fürs Frühstück und für morgen, machen wir irgendwie Nudeln mit Hackfleischsoße, Kühlschrank ist dabei, irgendwie auch eine Spülmaschine tatsächlich und ein Ofen und ein Mikro, also alles da, was man haben möchte. Schönes Doppelbett und dann hier ein kleines Badezimmer mit Badewanne, Toilette und einer Dusche. Und weil Leute clever sind, haben sie tatsächlich keine Glaswand reingezogen, spart man sich nämlich das ständige Abwaschen. Acht Vielen Dank.